Du stehst da vorne mit der Bombe Oh nein, wie unangenehm! Shit! Ich hoffe, dass er hier close kommt bei Connector Vielleicht kommt er mit dem Messer rum Kneist mir ins Gesicht, der Sekaray Trius, was machen wir? Einer ist on-spot, zwei sind Einer ist von hinten gepusht, on-spot mindestens drei Und irgendwie mit Hass auf die Mit richtigem Hass, ich will den riechenden Hass Einer close Oh my god, what? Ja, den hätte ich haben müssen Einer war noch, drop down Ich aim speed way up Oh nice! Ja, auf dem Rang, wenn wir jetzt nochmal auf Resse kriegen Dann wär das komisch Dann machen wir eine How-To-Down-Rank-Serie Oder so einen Scheiß Nochmal Richtung B oder aufteilen? Langsam spielen? Ja, die werden bestimmt jetzt irgendwo pushen Oder irgendwo stacken Ich geh dropper runter Dropper ist clear Oh god, der steht da Der geht jetzt auf B wieder rein, da war Connector gestanden Wo war der letzte? On-spot, on-spot noch einer, nice Ich könnte vielleicht nochmal eine schnelle Runde über Dropper spielen Okay Haut ihr hier eine Flash runter oder eine Decoy oder sowas? Ne Decoy, ich mach's mal in die Decoy runter Oh no, der Molly war eklig Oh ja, zwei Side, okay Da ist immer noch ein Chicken drin Hat der denn eine Scout oder was? Nice, chicken dead Noch eine On-spot Ich dachte das wär ne Leiche Okay, On-spot ist dauer Ah, die Bombe ist hin und shit Ich komm über Connector Ich hol erstmal die Bombe, wir können ja gemütlich machen Der ist vielleicht noch irgendwo auf B, weil er sich gar nicht meldet hier Der sitzt bestimmt irgendwo in der Ecke Sollen wir A gehen oder trotzdem B? Hast du Utilities um auf B Kraft zu machen und dann? Ich hab ne Decoy, aber Das ist zu Obwiers Das machen wir easy, machen wir easy Ja, der ist der Dropper Dropper Ich geh direkt planten Ich geh durch und planten Nice Das ist hier schon so ein richtiger Clickbait-Youtube-Titel Wegen diesem Simple-Spieler Simple-Aim-Gegner zum Zerstörten Ahja, guck mal da, zerstört Sowas hab ich mal ganz am Anfang gemacht Da wusste ich nicht mal, was ein Clickbait-Titel ist Aber du hast es schon direkt gefühlt, dass das gut sein muss Ich bin Dropped durch Einer Speedway Speedway ist immer noch Ich war tot auf B Speedway ist immer noch am Start On-Spot ist down Ich glaub das ist Ich glaub das ist der Speedway Nein, ich drop einer Nein, 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 nein Gott, ich verinn Drop einer Einer war B lang Von hinten gepusht Vielleicht Speedway ist der auf? Ja, der ist jetzt auf dem Spot, ok Der hat 50 HP Mache ich dir mal geschwind easy weg, den knellt ich Oder auch nicht Fuck Ich hab mir gewünscht, dass er hier steht Ohohohohoh, kurz Angst bekommen Ja, so will ich auch immer Angst haben Ich brauche einen Drop Eine AK, bitteschön Ich glaube linke Seite Linke Seite tot Nur noch zwei Oh Gott, noch einer Fuck, Stealth Ich geh direkt A, ich geh direkt A Der ist irgendwo bei B Genau, geht A, das ist der letzte, nice Man hätte den jetzt vielleicht noch ein bisschen jagen können Vielleicht kommt der sogar Ich glaube es nicht, der ist halt keine Arbeit Ich komme dazu, wir holen mal uns Alter, wie er mich da erwartet Ah Ich mache mal ein bisschen Druck auf A lang Gucken was da noch geht Oh, mit der Palmgang, 40 AP mit Pumpe Ah, zwei auf A Einer lang irgendwie, A lang Ja, bei Wood ist einer auf jeden Fall Jetzt müssen wir nicht smoke Ich werde die Ob liegen lassen, ich bin so unsicher Fuck, Onspot, in der Heizert geht nicht rein Ah, letzter Onspot, hat 27 gefressen Nice Easy B-Long, in der Flash Alter Komm, komm mal vor Ich hoffe, dass er hier close kommt bei Connector Vielleicht kommt er mit dem Messer rum Ja Knife's mir ins Gesicht, der Sekery Der geht bestimmt Drop und dann wartet da mit seinem kleinen Knife Ich will nicht gekniffen werden von ihm, ich hab nur noch 6 AP Ja, vor allem musst du weit weg, damit du nicht Oh mein Gott Du hast recht, das schaffe ich nicht mehr Das schaffe ich nicht mehr Oh mein Gott Das schaffst du Tatsächlich Ich bin Forrest Game Ich gehe nicht mehr A lang Wenn ihr jetzt mal einen persönlichen Konflikt mit dem Spiel habt Zum Beispiel, ich komme am A lang spiel und geht immer wieder hin Weil ihr ihn unbedingt killen wollt Und jedes Mal klickt ihn auf die Nase Rage immer mehr Ah genau, komm Ich werde wieder Richtung B gucken Ah, ich hab die Bombe Ah, da ist Matrix Einer ist, äh, Treffigan Er hat mir durch den Smog einen Hatter gegeben, what? Er hat eine Pistole, oder? Weiß nicht, sie haben mich nicht gesehen Da ist noch einer Also einer ist bei Drop oder Speedway oder sowas Und der verhöhnt mich, ich weiß es Wow, leck Okay Ich glaube, das ist das Zeichen, dass wir vielleicht doch, dass wir vielleicht doch safe sind Ich weiß es nicht Haben die die anderen einen coolen, oder? Ja, der lasst safe sind, keine Ahnung Also der auf Long ist auf jeden Fall aggressive und will mich beißen Und sie beide in die Toilette rein Diese roten Zeichen Wir sind nicht hier Ist ja der Erbe Eine Runde von sieben Damit es halt spannend bleibt, wisst ihr? Ja Fünf oder so kann es halt noch ein Comeback geben Sollt man direkt, vielleicht jetzt direkt einen Rush machen auf B oder so? Einfach total aggressive machen Ich bin gleich hinten Ich bin gleich hinten Shit, Mann, ich geh long, ich geh long mit euch Hallo, lang? Ich muss kurz hinten halten Ich muss kurz hinten halten Onspot ist down Ich komm nicht gar nicht Ich bleib direkt long und guck dann hinten Long ist einer Ich vielleicht hin Oh Gott, hast du mich erschaffen Vielleicht geht der Drop Ich seh gar nichts mehr, ne? Auf Long, vielleicht ist der Drop gegangen Du hast da Also, Pfff Radar und so Der eine von uns Sie sind überall, verdammt Sag mal, sie kommen nicht her Was ist jetzt los? Ja, ich glaube, ich begeg grad nen Fehler her Aha Hast du keinen Minimap, oder was? Robby Robby ist echt unsere Lucky Side Auf jeden Fall Cross da nicht rüber, ohne zu flashen Weil die AWP steht immer auf Side irgendwie Ich hab immer Schiss, dass da einer Chicken steht Connect einer Connect einer Ich werd Chicken auch noch in Mully schmeißen Mitten in die andere Ecke Oh fuck, Mully verlochen Ja, Chicken Stein Nice, abgefackelt der eine Ich versuch Stein zu naten Nein, ich sehs, ich sehs Ich sehs Gayboy Emojiboy 69 Alles klar Wir können ne Pistol Eko machen Ich nehm mal ne Flashmate Und dann können wir in der Mitte Aggressiv hochgehen, oder? Also runter und reinflashen Und Das können wir machen Will noch jemand ne Ding für hier Tag? Wer ist noch da? Na ja, vorhin war gut Wir machen Pistol Richtung A Haben wir gesagt Wie lange steht einer? Oh mein Gott, der hat mich direkt geholt Shit Der drückt halt One-Clicks Oh nein, mit meiner Tag Ich hab euch verraten Das war meine Tag Du stehst da vorne mit der Bombe Oh nein, wie unangenehm Shit Nice Forty Perfekt, okay Und jetzt wirds easy der Plant auf B, oder? Einer's Drop Einer's Drop Ich geh aber Planten Speedway möglicherweise Pfff Connector Also nicht Connector, Dropper, mein ich Okay Fünf Leute, ich hab hier Drop Okay Ich muss mich kurz Ich steh voll eklig hier Hat mich nicht Einer ist Connect Oh nein Half HP ist der auf Connector Low HP sogar Red is used Nice Low HP Mir ist gerade nach einem verrückten Drop Rush Ich mach mit mit OMP Ich renne durch, wenn die Mode schmeißen Echt? Okay, ich hab ne Smoke in der Hand Um... Okay, wir sind jetzt schnell fit Ich geh direkt weiter durch Nice Boah Okay, alles gut, alles gut Alles gut Ich dachte, das wäre ein Feind gewesen, ne? Dann wären alle auf B gewesen Deswegen hab ich OAH gesagt Da lag noch Op unter dir One übrigens Einer rennt von Connector auf A, okay Der ist down, der hat mich gar nicht gehört Krass Mitte unten hab ich auch nichts gesehen von Connector aus Ich geh mal auf A Window... äh... Einer lang Lang oben Da, beim Baum ist einer Ne, ne, ne Connector raus Ich bin down mit, ich hab Connector und Little Room Was ist im Smoke? Okay Jetzt Comeback des Todes Wir verlieren jetzt 1611 Ich hab für B auch ein Kit dabei Wir sollten 4B gehen, oder? Ja Ach so runter, ja, ja Ja, das kommt aber häufig vor, dass die halt die Terroristen einfach A pushen Weil die davon ausgehen, dass A Äh, Gelb gehst du noch rüber? Ne, passt schon Glatt mal Achso, ja Keine Steps auf B long Ja, lang leider noch 2, schieb dir schon mal rüber Ich bleib alleine auf B Ja, die können ja immer Einer A unten Okay, lang ist zu euch Ich schieb auch zu euch rüber Das sind schon bei uns, Wood Alter, wie der mehr reinfeiert Ja, Aunt spot Na, Wood, tanzt da noch rum Mit euch Okay 8 in 1, oh Vor der Spore für Zeit mit A Jetzt gibt's wahrscheinlich ein B-Go von denen Ja Mit E-Dampf Ja, Steps B long Da ist der erste 2 sind durch Einer Speedway Oh, Speedway ist durch Scheiße Oh mein Gott Soll man vielleicht auch überraschend irgendwie einfach Mitte durch und dann Richtung B über Armory Ja 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 Ja, es wirkt Es wirkt Oh, ein Job Boah Ich presse 100 in 1 What? Titanic, Bombe liegt hier Titanic Einer Speedway Einer lang Einer lang Einer der Smoke Wir haben die Bombe, ne? Ja, wir haben die Bombe Nur noch 2 Spiele Wir schaffen das Da pusht mich, da pusht mich, da pusht mich Weiß ich Ich aimen Es ist in der Smoke Hinten habt ihr, ne? Dass hinten nichts kommt Ja, hinten kommt gerade nix Larry ist jetzt auf B drauf Wir können sich einfach so aussitzen Die sind beide auflaufen Wenn der jetzt einfach wartet, genau Dann müsste das passen Ja, das reicht es Zauber Nur noch einer Der muss Stairs oder so sein Ja, ne der ist Titanic Hinten links Jawoll Das war ne edle Eco Das war richtig gut, ja Schöne Runde Top treffen Ist Dropper irgendwas? Ja, 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 oh Top of Dropper ist einer Aber ist noch nichts unten Ich nähte mal den Long rein Nice Ach, er ist einfach weggesprochen Also in Armory, fast gerade noch Die Bombe war gerade eben bei euch bei Dropper Oben Okay Jetzt dürfen wir eigentlich keine Kohle haben Jetzt kommt von ihnen gleich die Eco des Grauens Irgendwo pushen sie durch Oder sie machen so ein Tag 9 MP Die Rush bei Dropper Ja, das ist die Forsen Oh ja, der hat erst geschrieben, alles klar Er unterstützt die These des Trusches Ich bin geflasht Oh shit Ja, ich glaube einer ist unterbespunten Long is down Oh, der muss gefressen haben, man Er steht auf dem scheiß Karton da drauf Auf long links Was ist das für ein Drecksack, bitteschön Eine Flasche lang Ist down Da ist noch einer long Ich glaube er ist right side jetzt Ich bin bei mir nicht sicher Bombe ist auch down bei uns Ah shit, soll ich gerade nachgeladen Seite 88 Nein, leider nicht, mich hat beide schon verworfen Auf diesen ersten Sack der da gewartet Okay, ist down Letzterer A Kannst auch zu mir auf B kommen Easy Warum nicht gleich so Genau, so hätte es doch vorhin bei der Austria auch gehen können Das sah am Anfang mega gut ausgesehen Aber irgendwann kam die Ich bin zurückgekommen Ja, da war echt hammerhart unterwegs Nice Oh nice, thanks Drop Was für ein Timing Einer down dropped Okay, ich guck rein Da ist Window glaube ich rausgesprungen Könnte Connector kommen Okay, long is noch clear Ne halt, doch ist noch clear Zwei Arves, die könnt ihr auch safen Das ist natürlich auch ne Idee Direkt mal wieder zurück gehen Könnten uns hier um die Pflanzen kümmern Oh, da ist einer, einer ist Connector Vorsicht, der Oh, er schießt mich Nice, nice, nice Ich komm Ich glaub einer ist direkt beim Van Bin mir nicht sicher Alter, little Harry In seinem Wallack Nice Ist vor Glück gesagt, ja Oh, zum Glück hat er mir keinen Händer gegeben Ich hab so Lack Ist unglaublich Ich duck mich, ne Steh da und Hallo Herr Nachbar Easy Yes Jumpshot Der muss einiges wert sein Was Kampshot Und somit ist diese Folge auch beendet Leute, vielen Dank fürs Zusehen Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns wissen Macht's gut Bis zum nächsten Mal Ciao Kamera, ich weiß, die ist über der Lebensanzeige Sorry Wir haben so vier Spiele aufgenommen Ich kann das leider nicht ändern